So liebe Leute, neue Aufnahme-Session für mich und vorher gibt es noch kurz ein News-Video. Ich habe glaube ich bis zum Part Nummer 8 aufgenommen, richtig? Das heißt ab Part Nummer 9 haben wir hier Logos drinnen und Spielerfotos. Hier sehen wir Lukas Spendelhofer und wir können hier auf jeden Fall durchgehen und ihr seht hier überall, auch wenn die Hintergründe teilweise lustig aussehen, aber haben wir Spielerfotos. Sieht dann also dann wesentlich realistisch aus für diejenigen von euch, die dazu kommentiert haben und gesagt haben, okay, mich stört es, dass es keine Lizenzen gibt und so weiter. Jetzt haben wir das Ganze geändert, das sind glaube ich 150.000 Spielerfotos insgesamt da drinnen. Das geht ein Dank ans Meistertrainerforum, da habe ich so die Datei runtergeladen, war glaube ich 10 GB oder so, also das ist wirklich unfassbar. Und zum anderen haben wir hier noch die ganzen Vereinslogos, das heißt hier haben wir die Bundesliga. Das heißt wir haben hier jetzt dann auch alles, ist wesentlich, wesentlich realistischer natürlich und angenehmer. Ja, das heißt das sieht dann schon auf jeden Fall viel cooler aus. Schauen wir noch kurz, ob es in anderen Ligen auch so ist. Ich habe mir das jetzt noch gar nicht genauer angesehen. In der Premier League haben wir auch alle Logos, in der Deutschen Bundesliga ebenso. Das heißt, das was EA an Lizenzen hat, diesen großen Vorteil, hier sehen wir auch internationale überall Logos. Diesen großen Vorteil, den haben wir jetzt also quasi eingeholt. Noch ganz wichtig, wir haben ja vorher dieses Community-Projekt gehabt, wo wir gemeinsam den FCI Bros gegründet haben. Das ist jetzt in der Form, was ich so weiß, nicht möglich. Ich glaube, ich kann hier keine Spielernamen oder sonst was ändern. Bedeutet, dass wir ein neues Community-Projekt brauchen. Und da kam der Vorschlag in den Kommentaren, dass wir gemeinsam eine Online-Saison beginnen, im Football-Manager selbst. Ich glaube, dass das keine gute Idee ist, weil es unglaublich zeitaufwendig ist, weil wir dann alle gleichzeitig online sein müssten. Aber ihr könnt ja mal dazu kommentieren, wer von euch dabei wäre. Also ganz abgeneigt bin ich natürlich nicht. Die Idee finde ich nämlich an sich total geil. Problem ist eben wirklich nur der Zeitfaktor, gemeinsam Zeit zu finden und so weiter. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Deswegen wäre schön, wenn ihr dazu kommentiert, wer von euch den Football-Manager schon hat beziehungsweise wie es da genauer aussieht, ob da jemand von euch schon Online-Erfahrungen gesammelt hat. Und dann gibt es noch zwei andere Varianten, die wir machen könnten. Das eine wäre der Headtrick-Fußball-Manager. Bei dem müsstet ihr nur so ein, zwei Mal in der Woche online sein. Da gibt es 8er-Ligen und da habe ich Ebro Sports schon mal angemeldet. Da könnte ich euch in die Liga einladen, theoretisch. Das ist auf jeden Fall ein ganz lustiger Fußball-Manager. Oder, was ich noch wahnsinnig gerne machen würde, was ich auf jeden Fall auch aufnehmen werde, ist Rocket League. Also ich habe es auf der PS4, aber ich glaube es ist ja Crossplay mit dem PC möglich. Das heißt, wenn ihr da Lust habt, könnten wir theoretisch auch Rocket League gemeinsam spielen. Würde mich auch total interessieren. Macht irrsinnig viel Spaß, dieses Spiel. Und ja, vielleicht passt es da. Könnt ihr auf jeden Fall mal dazu kommentieren, wer von euch welches Spiel hat. Wer von euch die Einladung zu Headtrick haben möchte. Und je nachdem, wie viele Kommentare ich zu was dazu kriege, werde ich dann auch weitere Videos hochladen. Und zum Uploadplan gibt es auch noch was Neues. Das FIFA Let's Play wird in Kürze enden, weil das E-Match schon weit über 70 Parts. Das heißt, das ist jetzt für mich schon langsam einfach schon an der Zeit aufzuhören. Werden auf jeden Fall neue FIFA-Videos kommen. Also ich werde auf jeden Fall wieder mit dem Flow aufnehmen, ganz klar. Und als kleine Entschädigung, dafür kommt der Football-Manager ab sofort täglich. Das heißt, das wird für mich wahnsinnig anstrengend aufzunehmen. So viel, damit ich hier ein bisschen Puffer habe. Aber ich gebe alles, ich haue mich rein und will euch jetzt täglich mit Videos versorgen. Ja, ich denke, das war es jetzt mal von mir. Wäre wieder schön, wie immer, wenn ihr mir Kommentare dalässt. Momentan habe ich eh genug Zeit, dass ich euch immer wieder schnell zurückschreibe, wenn ihr was wissen wollt oder sonst irgendwelche Anregungen habt. Ansonsten, danke für alles. Freut mich echt, dass momentan so viel am Kanal passiert, dass das Ganze auch am Wachsen ist. Also wie gesagt, herzlichen Dank dafür und wir sehen uns dann gleich wieder in den Projekten. Bis dann, Leute. Tschau.